Ich glaube, die Spielmaschine ist kaputt. Tja, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber ich werde vorsichtshalber mal nachsehen. Ah, das dachte ich mir. Wir müssen noch ein paar lustige Sachen finden, die wir reintun können. Brüderchen, hilfst du mir, mein Knoddeldeckchen wiederzufinden? Oh je, also ich weiß nicht, Schwesterchen. Bitte? Na schön, gehen wir in die Schule und sehen in allen Klassenzimmern nach, okay? Du bist süß. Knoddeldeckchen! Ho, Knoddeldeckchen!